Anzi! Ich sagte doch, ihr solltet nicht am Niespulver riechen. Anzi! Aber... Anzi! Hab ich nicht. Das ist dieser trockene Luft. Ah ja, find ich auch. Die ist schlecht für die Haut. Seht nur mich an. Oh, ihr solltet das untersuchen lassen. Ihr seid praktisch eine Echse. Oh, ihr solltet das untersuchen lassen.